hallo baukeide hallo welt da bin ich wieder euer lütze und mit mir ist hier der matze gesundes neues jahr euch ein wünschen wir natürlich ganz besonders ja gutes neues jahr gesundheit besseres wetter mal winterwetter und eigentlich durchgerutscht ja gut gesund reicht für heute tschüss bing wieder an hammer hast du eine macke wieso wieso machst du mein bild weg jetzt reicht doch was wollen wir sagen das reicht für dieses jahr du fängst ja gut an in diesem jahr kann es sein dass du ein bisschen kleines bisschen faul bist nein wir haben da natürlich noch wir sind nein du gehst ins bed ohne socken wir sind jedenfalls gesund ins neue jahr gekommen ein bisschen wurde rumgeknallt ein bisschen viel bisschen wenig bisschen zu viel und das erste der erste tag im jahr startete natürlich wie immer und wie jedes jahr mit einer eisbahn und der nutzer hat die kamera durch die gegend geworfen ins wasser ganz nah oben hast du hast du film gemacht der läuft doch hier oben drüber du kannst jetzt mal du bist doch chef vom waldbad mit nein vorstandsmitglied ja und du weißt wie viel schwimmer da waren 52 das war ja in der einen oder anderen zeitung ich wurde ja schon schaue waren mindestens 400 mindestens 400 hast du die gezählt ja war jedenfalls folge wir sind richtig voll wasser war kalt und sogar eis war drauf gewesen auf wasser 5,3 wir waren zwar vorbereitet mit eis natürlich haben eis eingefroren vorher wie immer aber wir hatten doch immer noch eine eisschicht drauf die haben wir frühmorgens aufgemacht weil das doch mal ein bisschen gefährlich ist wenn da so eisreste drinnen rumliegen nicht dass sich der ein oder andere da noch das bein aufschlüsst also meine frau war ja mit im wasser gewesen die hat gesagt das war so richtig so anderthalb zentimeter stark du musst du ganz schön drücken um das hinten noch kaputt zu kriegen weil es war so voll dass sie nicht raus kam das sollte man mal überlegen ob man die nicht vorne raus lässt und hinten wieder rein oder umgedreht andersrum vorne rein hinten raus wie auch immer jedenfalls war es so voll so dass die die zuerst drin waren nicht mehr raus kamen weil sich alles nicht staut hat und da sind mehrere erfroren habe ich gehört das kinder übrig geblieben nein das eis hat gelitten weil das eis war nicht schon war ich dann komplett weggetaut also wir haben mit körperwärme das eis aufgetaut und danach war das ganze nicht schon am becken frei deswegen ist auch in diesem jahr schlittschuh laufen nicht angesagt ja jetzt grund sind also die eisbader ist jetzt nicht ich habe im wetter gehört irgendwo kommt nochmal zu vielleicht kommt das winter ein bisschen später also drücken wir noch ein bisschen die daumen genau ihr habt hier die bilder gesehen ich habe hier ein paar videos mit reingedrückt ja und es war keine drohne auch wenn es so aussah aber sieht cool aus oder so von oben kann man sich mal antun vielleicht besorge ich mir mal ein flugzeug oder hubschrauber oder ballon oder so oder so ja okay so viel dazu war das richtige baden geht ja erst los im mai mitte mai mitte mai ja aber natürlich das nächste kostenlose anbaden ist ja dann zum baldbadlauf auch da kann man schon mal vortesten am ersten mai so was allerdings schon vorher losgeht und da sind wir schon beim nächsten thema ist das ordnungsamt ist mal wieder in borg heide borg walde unterwegs und zwar matze wand weißt du es vom 27 ersten bis 31 ersten genau da bitte aufpassen wo geparkt wird und die geglaubt die gucken auch nicht nur nach dem parken sondern auch nach nach fahnen sachen die ordnung und sicherheit betreffen also vom 27 bis 31 ist das ordnungsamt in borg balde und borg heide unterwegs und jetzt ist natürlich auch die informationen auf der amtseite von brück auch da ist es offiziell eingestellt und auch die weiter fortführenden termine genau so jetzt sind wir schon beim nächsten thema und zwar sport sportlich geht es weiter genau wir haben natürlich ein paar infos vom sport die anderen infos da läuft ja das jahr langsam erst an und wie gesagt ob wir schnee kriegen oder nicht sagt uns dieses gesicht nachher hoffen war als erstes gibt es natürlich was so richtig losgeht vom bsv 90 die einladung zum 17 neujahrslauf in borg heide und luci läuft mit woher willst du nicht aber ich nicht mit laufe treffpunkt ist jedenfalls um 9 45 auf dem sportplatz ab 10 uhr geht es los diesmal allerdings auf dem sportplatz denkt dran weil sonst war ja immer vom marktplatz ja laufen so da könnt ihr natürlich am sportplatz eure klamotten und dergleichen mehr ablegen genau dort und da ist auch immer jemand da der auf die klamotten aufpasst das heißt die tür ist dann zu genau und ja und der verein startet natürlich mit schwung und spaß ins jahr 2020 denn borg heider neujahrslauf der ag ortsgruppe borg heide e.v dem sportverein bla 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 sportverein 90 e.v die feiern 30 jährige vereins jubiläum seit der wiedergründung der bsv 90 in diesem jahr das ist ja kurz nach der wende wieder ja 1990 ja bsv 90 sagt jedoch was ne ach jetzt jetzt kommt es ja ja siehst du da gibt es ja hannover 96 erst seit 900 96 oder so wie gesagt neujahrslauf der traditionelle und äh da kann jeder mitlaufen der will es wird kein eintritt genommen man muss sich nicht anmelden und da können wanderer walker und wie haben sie geschrieben powersprinter mwd na männlich weiblich und dauerläufer dauerläufer ja ob relaxt oder auf leistung ausgerichtet laufende laufschuhe muss man mitbringen habe ich gelesen gerade und angemessene bekleidung also ich weiß gar nicht kann man im bikini rennen doch noch läufer läuferin und laufende haben wir es jetzt ja so und natürlich gibt es auch eine kleine verpflegungsstation wieder und der verein macht das jetzt nicht auf große kasse das ist nämlich dort gegen spende da ist der grill an so wie ich das gehört habe und hartmut macht bestimmt auch wieder seinen leckeren glühwein t ist trocken trockenphase im januar ist immer trockenphase gibt es nix glühwein und dann gibt es noch eine info vom sportverein und zwar mein lieber matthias was gibt es denn noch für nur probleme hier die rückenschule pilates in der ersten woche fällt wohl aus pilates und die rückenschule fällt aus und der sportverein meint auch noch wir dürften uns freuen oder zumindest ist die sportlerinnen und sportler dürften sich freuen weil das geht erst ein bisschen später los ab achten ersten sollte das ja starten und der trainer ist noch in urlaubstimmung und so fängt das ganze erst am 15.01.2020 an die erste pilates stunde findet dann wie gehabt dienstag dem 21.01.2020 in der geraden woche jetzt von 18 bis 19 uhr in der sporthalle hansgerade grundschule aber die uta ist übrigens da am 7.01. fitness mit uta hallo uta findet statt okay so dann haben wir noch eine info vom fußball nein nein keine angst die männer sind noch nicht unterwegs die haben noch winterpause da geht es wohl so richtig erst im ende februar los wieder mit dem fußball aber hallenfußball saison hat ja angefangen und die f-jugend des bsv 90 hat beim hallenturnier in treuen brizen den dritten platz gemacht herzlichen glückwunsch jungs richtig cool die haben in ihrem debüt für den bsv 90 sahen die trainer holger und daniel von beginn an sehr stark aufspielende bockhalter ich habe das natürlich vor mir liegen mit siegen über belzig dem späteren turnier zweiten niemeck rang die jungen kicker platz drei außerdem gab es noch drei unentschieden und eine niederlage gegen turniersäger piesteritz hoch erfreut strecken und die jungs hier seht ihr das hier den pokal von vor mitgereisten fans und eltern in die höhe die tore schossen dreimal jonas und je einmal emile lukas und pepe ich hoffe dass ich emile mal richtig sage noch mit dabei waren jakob philip wiko matteo eni und jonas das war es ne war es noch nicht schmatze auf jonas reimt sich nass nass du und nass ist der unvor unvorteilhafte teil vom regen also quasi schnee wäre schöner der wird zwar auch immer nass aber ja wetter der januar ist natürlich wir merken es alle für die jahreszeit zu warm tiefdruck gebiete schaufeln nasse feuchte luft über den atlantik zu uns rein und natürlich auch bis zu uns und temperaturen werden wir sehen mittwoch donnerstag sogar über acht grad das heißt absolut nichts für den januar und natürlich auch mit viel regen oder was heißt viel mit regen anteilen dabei und eine wirkliche kälte sehen wir im moment noch nicht könnte nach hinten raus vielleicht sich der winter ein bisschen verschieben aber immer weiter tiefdruck gebiete haben ich habe gehört ende januar so richtig schnee kommt so 22 meter ja im gorlitzer park allein nicht schnee hier nein so das war es zum wetter jetzt fehlt nur eins und zwar wenn ihr uns wird ihr eure infos bei uns gesendet haben wollen einfach mal uns per mail schicken info at mediengruppe-borkheide.de können wir hier nochmal mit einblenden und die webseite auch mediengruppe-borkheide.de da sind auch die kontaktdaten da auch handy oder wenn irgendwer was per whatsapp schicken will schickt kurz her veranstaltungen freie stellen und wenn was nicht vergessen dann bringen wir das ja ja was wir als elektronische sachen darlegen haben natürlich und meine frau freut sich immer das ist ein cooles datum 2020 2020 ist beim 2.2.2020 was macht man da na nix das lässt sich auf der tastatur schön schreiben 2020 es geht schneller als 20 19 hat man immer auch ein fingersalat gehabt ja matze wo hast du jetzt deine fernbedingung jetzt kannst du ausmachen wir sind durch ja übrigens wir sehen uns wieder am nächsten montag nein das geht jetzt auch nicht mehr du siehst ja wir sehen uns wieder am nächsten montag und vorher höchstwahrscheinlich am sonntag beim lauf von bios von 90 beim neujahrslauf du kannst mit laufen ne ich mach einen kleinen film so das war's tschüss bis nächsten montag bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020